So, wir haben 8 Uhr morgens, 30 Grad und wir fahren jetzt nach München. Viel Spaß! Wir sind jetzt hier am Schloss Nymphenburg in München und schauen mal, wie es hier so aussieht. Bis zum nächsten Mal. 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 Deutschland hat gewonnen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschau. Bis zum nächsten Mal. Tschau. Tschau. Schau. Tschau. 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 Bis zum nächsten Mal.